Ab Mai sind auf dem Rantumdamm nur noch Schafe anzutreffen. Jahr für Jahr werden Teilstücke des Dammes, der das Rantumbecken umschließt, saniert. Bis zu sechs Wochen dauern die Arbeiten diesmal an, Platten werden in den Deich eingelassen zur Verstärkung und die Deichkrone wird geglättet, so dass Radfahrer und Wanderer schlaglochfrei die schöne Natur genießen können. Unter anderem wird auch der Deich in Höhe des Hafens in Angriff genommen.